Willkommen zu diesem neuen Video bei Meat and Great. Wir machen heute ein super einfaches und fixes Gulaschrezept aus dem Dutch Oven. Das funktioniert auf dem Gasgrill, aber auch mit Holzkohle. Ich erkläre euch wie immer alles und ihr findet natürlich auch das schriftliche Rezept bei uns auf der Webseite. Jetzt geht's los. Wir machen heute also ein super einfaches Rezept. Und dieses Rezept, was wir heute machen, könnt ihr als Grundrezept verwenden, um euren Gulasch vielleicht auch, wenn ihr da noch ein bisschen mehr mit ausprobieren wollt, ein bisschen aufzupimpen. Ihr könnt weitere Gewürze hinzufügen, ihr könnt noch weitere Zutaten und Lebensmittel hinzufügen. Vielleicht werde ich so das ein oder andere schon mal als Tipp geben. Und vor allem fände ich es gleich cool, wenn wir hier draus eine Videoreihe machen könnten, wo ich eure Rezepte als Gulasch hier vergrille und zeige. Denn wir haben ja eine Videoreihe, die heißt Community Rezepte. Dort stelle ich euch Rezepte aus unserer Facebook-Gruppe vor, die dort in die Facebook-Gruppe gepostet werden und vergrille eure Rezepte, mache die nach bzw. sage, was ich davon halte und natürlich, ob man es nachmachen sollte und was man vielleicht auch besser machen könnte noch da dran. Also ob ich noch so ein paar Optimierungsvorschläge hätte. Wenn ihr Bock darauf habt, dass wir das Ganze machen, dann schaut doch mal hier unten in die Videobeschreibung. Dort findet ihr den Link zur Facebook-Gruppe. Dann könnt ihr unserer Gruppe beitreten. Es ist nicht einfach irgendeine Grillgruppe, sondern es ist eine der harmonischsten, wenn nicht sogar die harmonischste Grillgruppe auf Facebook. Starten wir aber jetzt sofort mit unserem Rezept und dafür stelle ich euch einmal die Zutaten vor. Wir brauchen natürlich Gulasch. In diesem Fall sind das 900 Gramm von der deutschen Ferse aus der Keule geschnitten und von Don Carne. Dann brauchen wir dieselbe Menge an Zwiebeln, also in diesem Fall auch 900 Gramm Zwiebeln. Dann brauchen wir ein bisschen Öl zum Anbraten. Wir brauchen Tomatenmark, zwei Esslöffel, zwei Esslöffel Paprikapulver, zwei Esslöffel Salz, zwei Lorbeerblätter, zwei Teelöffel Pfeffer und nachher zum Andicken nochmal zwei Esslöffel Mehl. Ihr merkt, mit zwei Esslöffeln, mit den ganzen Zutaten, kommt ihr hier wunderbar zurecht. Außer beim Pfeffer, das wird dann ein bisschen scharf. Und dann brauchen wir hier noch 800 bis 1000 Milliliter Rinderform. Als allererstes werden wir dann jetzt einmal die Zwiebeln schneiden, damit die fertig vorbereitet sind. Beim Schneiden der Zwiebeln ist es wichtig, dass ihr darauf achtet, dass der Strunk abgeschnitten ist, damit nachher die Zwiebeln schön auseinanderfallen und dann achtet ihr die Zwiebeln. Wenn ihr das Ganze mit einem Gasgrill zubereitet, dann stellt ihr euren Dutch Oven jetzt auf den Gasgrill in die Mitte und macht zwei Brenner unter dem Dutch Oven an. Der Dutch Oven darf jetzt ein bisschen vorheizen, weil wir werden jetzt als erstes das Fleisch anbraten. Habt ihr das nicht mit dem Gasgrill, sondern macht ihr das mit Kohlen, dann legt ihr jetzt ordentlich Kohlen unter den Dutch Oven. Ihr braucht die jetzt nicht abzählen, sondern wirklich einfach, dass es richtig heiß wird, schön unten drunter, weil wir wollen jetzt Röstaromen an unser Fleisch bekommen. Für die, die das mit Kohlen machen wollen, schaut unten in die Videobeschreibung. Dort verlinke ich euch den Link zu unserer Webseite, wo es das schriftliche Rezept gibt und dort sage ich euch auch für den späteren Verlauf, wie viel Kohlen ihr exakt braucht. Wenn unser Dutch Oven jetzt schon ein bisschen warm geworden ist, geben wir unser Öl hinzu und lassen das auch noch mal ein bisschen warm werden. Und kurz bevor das Öl anfangen würde zu rauchen, tun wir unser Fleisch rein. Spätestens, wenn ihr merkt, das fängt an zu dampfen oder zu rauchen, dann muss das Fleisch da rein, aber dann ist eigentlich schon ein Ticken zu spät. Also nicht immer darauf achten, bis es raucht, weil sobald es raucht, ist der Rauchpunkt ja schon überschritten und es entstehen krebserregende Substanzen. Muss nicht sein. Kleiner Tipp hier beim Gasgrill, damit ihr nicht unnötig Material aufheizen müsst, nehmt unten unter eurem Rost die Flammschutzbleche raus, weil dann müsst ihr die nicht noch extra aufheizen und ihr bekommt noch mal ein bisschen mehr Hitze wirklich oben direkt auch an den Dutch Oven dran, weil die Flammschutzbleche brauchen wir ja normalerweise für ein schönes Grillaroma und um unsere Brenner zu schützen. Dadurch, dass wir jetzt aber den Dutch Oven haben, brauchen wir die Brenner nicht schützen und nach unten tropft so oder so nichts und deshalb wäre das nur unnötiges Material, was wir unnötig aufheizen müssen und deswegen können die raus. Wenn unser Öl jetzt heiß ist, dann kommt das Fleisch hinein. Guckt, dass das Fleisch möglichst trocken ist. Wir wollen nicht, dass es kocht. Wir wollen wirklich, dass es anbrät, dass es richtig schöne Röstaromen bekommt und schaut auch, wenn ihr einen kleineren Dutch Oven habt und das Fleisch nicht alles auf dem Boden Kontakt hat, dass ihr das Fleisch nach und nach anbratet, sodass eben es nicht passiert, dass es irgendwie kocht, zu viel Saft verliert, sondern wirklich richtig schöne Röstaromen bekommt. Lasst beim Anbraten vom Fleisch auf jeden Fall den Deckel auf, den Deckel vom Dutch Oven sowieso, aber auch beim Gasgrill nicht die Haube schließen. Ansonsten wird sich hier zu viel Flüssigkeit im Topf sammeln und wir braten das Fleisch wieder nicht an, sondern köcheln es nur. Wenn unser Gulasch angebraten ist, dann holen wir das wieder raus, stellen es zur Seite, darf jetzt auch ruhig abkühlen, ist relativ egal, was das jetzt in der Zeit macht und dann packen wir unsere Zwiebeln rein in den Fleischsaft, in das noch vorhandene Öl. Da kommen unsere Zwiebeln rein und die werden wir jetzt nochmal richtig schön andünsten, dass die ein bisschen weich werden und den Geschmack vom Fleisch jetzt auch nochmal ein bisschen annehmen. Die dürfen jetzt auch so ein bisschen Flüssigkeit verlieren, das bedeutet, wenn ihr das jetzt auf Kohlen macht, dann schließt ihr jetzt den Deckel von eurem Dutch Oven. Auf dem Gasgrill können wir einfach hier den Deckel vom Gasgrill schließen, das reicht vollkommen aus und lassen die da jetzt so ein bisschen anschwitzen, zwischendurch immer mal wieder so ein bisschen durchrühren. Wenn eure Zwiebeln jetzt so ein bisschen weicher geworden sind, so nach ungefähr 10 Minuten, dann kommt unser Tomatenmark ins Spiel. Ich habe jetzt hier in der Mitte so ein bisschen freie Fläche wieder gemacht, da werden wir jetzt auch das Tomatenmark einmal ein bisschen anbraten, dass das ein bisschen was von seiner Säure verliert. Ich habe jetzt für die Zwiebeln die Temperatur im Grill ein bisschen runtergestellt, das könnt ihr mit den Kohlen dann auch machen, indem ihr ein paar Kohlen wieder wegnehmt, damit euch die Zwiebeln nicht anbraten, die sollen wirklich nur so ein bisschen weich werden. Und dann packen wir jetzt unser Tomatenmark rein und drehen dafür die Temperatur eben wieder hoch, weil das soll wieder anbraten und dann müssen wir jetzt aber auch dabei bleiben wirklich. Das Tomatenmark verteilen wir jetzt hier so ein bisschen, dass das mit anbrät und gleich werden wir es dann mit den Zwiebeln vermischen, dass es sich schön verteilt und weiter angebraten wird. Wenn das Tomatenmark angebraten ist, dann kommt jetzt unser Paprikapulver hinzu. Jetzt auch wirklich weiterhin immer schön dabei bleiben, damit uns das nicht anbrennt. Das soll aber auch nochmal so ein bisschen mit angebraten werden. Beim Paprikapulver könnt ihr natürlich auch ein bisschen spielen. Ich habe jetzt hier Edelsüßes verwendet. Ihr könnt natürlich aber auch rosenscharfes verwenden oder auch geräuchertes. Und wir nutzen ja zwei Esslöffel, das heißt, ihr könnt auch halb-halb machen und schauen, wie so euer Geschmack nachher getroffen wird. Und dann wird das Ganze abgelöscht mit unserer Rinderbrühe. Nach dem Ablöschen mit unserer Rinderbrühe kommt jetzt wieder unser Fleisch hinein. Insgesamt mit dem Fleischsaft, das es jetzt verloren hat. Wenn das natürlich jetzt so ein bisschen steht, verliert es ein bisschen Fleischsaft. Und auch der kommt natürlich wieder mit rein, weil der gibt auch wieder richtig schön Geschmack an unser Gulasch. Dazu kommen jetzt noch unsere zwei Lorbeerblätter und dann darf das Ganze einmal richtig schön aufkochen. Dafür schließen wir den Deckel und lassen das jetzt einmal, bis es blubbert, kochen. Sobald es kocht, können wir jetzt noch unser Salz und unser Pfeffer hinzugeben. Ich empfehle euch, nach eurem Geschmack im Nachhinein das Ganze nochmal abzuschmecken. Aber mit der Vorgabe hier, zwei Esslöffel Salz, zwei Teelöffel Pfeffer, kommt man eigentlich relativ gut an ein sehr schönes Ergebnis ran, was den meisten schmeckt. Wenn ihr es natürlich ein bisschen salziger mögt, dann packt ihr ein bisschen mehr Salz dran. Nachdem das jetzt kurz aufgekocht hat, werden wir jetzt bei unserem Dutch Oven den Deckel schließen. Und beim Gasgrill ist es jetzt ganz wichtig, dass hier die Brenner unter dem Dutch Oven direkt ausmacht und die Brenner nebendran anmacht. Und die machen wir jetzt einmal auf volle Pulle, damit wir nachher jetzt hier, wenn wir den Deckel geschlossen haben, das leicht am Köcheln haben. Aber mehr als köcheln soll es nicht. Also es soll nicht kochen. Es muss aber köcheln. Also jetzt nicht einfach nur so, wie es jetzt am Dampfen ist, sondern wirklich ein bisschen blubbern soll es. Das heißt, ihr könnt so hin und wieder mal nachgucken, gucken, ob es wirklich so ein bisschen köchelt. Bei einem Gasgrill mit zwei Brennern links und rechts vom Dutch Oven auf volle Pulle sollte das funktionieren. Wenn das nicht ausreicht, macht ihr einen Brenner unter dem Dutch Oven auf kleinste Stufe an, damit es wirklich so ein bisschen am Köcheln ist und das Fleisch nachher richtig schön faserig und zart wird. Zwei Stunden später und unser Gulasch ist fertig. Bevor ich euch das jetzt zeige, kommt unser Mehl zum Einsatz. Zwei gehäufte Esslöffel Mehl werden wir jetzt in 100 Milliliter Wasser, circa 100 Milliliter Wasser auflösen. Und dabei seid wirklich penibel. Sorgt dafür, dass kein Klumpen mehr in diesem Mehl vorhanden ist, bevor ihr das in euer Gulasch gebt. Das Mehl soll nämlich jetzt zum Andicken da sein. Und ja, wir geben noch Wasser hinterher. Dieses Mehl hat aber eine noch viel größere Andickungskraft als nur diese 100 Milliliter Wasser und dadurch wird das Gulasch gleich schön sämig und die Soße bleibt nicht so flüssig. Nachdem ihr das Mehl jetzt mit dem Wasser in euren Dutch Oven reingegeben habt, das ein bisschen verrührt habt, werden wir jetzt das Ganze nochmal aufkochen. Das bedeutet, die Brenner an den Seiten können wir wieder ausmachen. Und unterm Dutch Oven machen wir nochmal die zwei Brenner an. Und werden das Ganze jetzt nochmal richtig schön aufkochen lassen, dann nochmal umrühren und dann hat es die perfekte Konsistenz. Solltet ihr allerdings jetzt schon nach den zwei Stunden den Dutch Oven öffnen und sehen, da ist so viel Wasser verloren gegangen, dass ihr gar nicht mehr eindicken müsst, dann braucht ihr natürlich auch nicht eindicken. Aber dann habt ihr wahrscheinlich währenddessen die Temperatur ein bisschen zu hoch gehabt oder euer Deckel hat nicht dicht genug geschlossen. Und dann müsst ihr tatsächlich auch zwischendurch mal gucken, dass da nicht zu wenig Flüssigkeit drin ist. Zur Not, wenn ihr merkt schon nach einer Stunde, oh da ist viel Flüssigkeit verloren gegangen, dann kippt ihr nochmal ein Glas Wasser nach. Das verdünnt das Ganze ein bisschen, aber letztendlich das, was verdampft, ist auch nur Wasser. Und wenn ihr dann Wasser nachkippt, ist das nicht so schlimm. Tut dem Geschmack nachher keinen Abbruch. Merkt keiner. Unser Gulasch ist fertig. Für mich ist es natürlich auch perfekt gewürzt. Ich brauchte nichts mehr nachwürzen. Aber ihr dürft natürlich noch ein bisschen Salz, Pfeffer dran geben. Ihr dürft natürlich auch noch andere und weitere Gewürze dran geben. Und im Idealfall esst ihr es jetzt auch nicht einfach so wie ich, einfach nur Gulasch, sondern macht dazu noch Nudeln oder Kartoffeln und gebt das eben dann da drauf. Ich würde euch aber einmal zeigen hier, wie wirklich zart das hier geworden ist. Das Fleisch kann ich hier mit einem Löffel auseinander drücken, schön faserig. Ich probiere einmal für euch. Es ist wirklich perfekt geworden. Wir werden das Ganze jetzt verköstigen und danach drehen wir bereits das nächste Video für euch. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann würde ich euch empfehlen, den Kanal zu abonnieren und wie immer ganz gerne einen Daumen nach oben dalassen und einen Kommentar schreiben, wenn euch das Video gefallen hat. Damit würdet ihr mich sehr unterstützen. Ich hoffe, ihr schreibt mir eure Lieblingsrezepte in die Kommentare und vor allem zeigt ihr mir sie auf der Facebook-Gruppe. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.